Ich habe eine Situation im letzten Jahr gehabt, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt ganz schnell aus Düsseldorf in die Schweiz und habe dann noch nicht eine richtige Lösung gehabt und war eine Stunde später in der Schweiz und mit dem Auto wären das sieben Stunden gewesen und das war für mich der Killer. Derzeit, wo ich im Auto sitze, kann ich nicht arbeiten. Ich habe die Zeit im Flugzeug genutzt, konnte effektiv arbeiten und natürlich habe ich sechs Stunden gespart, die ich dann halt auch arbeiten konnte und damit ist die Rechnung einfach so simpel und ich habe die Kosten dreimal wieder raus für so einen Flugzeug.